Na los, Hedi. Wir kommen zu spät zur Arbeit. Bist du fertig? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich bin nicht mehr fünft. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Meine Nase? Hier ist nichts rotes. Warte, Augen zu. Auf. Wo hast du die her? Ein Geheimnis. Na komm. Mein Handyakku ist gleich leer und deshalb nehme ich jetzt noch schnell, bevor das ausgeht, dieses Video auf. Ich habe mich vor zwei Tagen im Wald verlaufen. Ich bereite mich gerade auf die zweite Nacht vor. Das Handy funktioniert nicht, da gehen keine Notrufe durch, der Empfang ist weg. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich nehme das Video auf, damit ich euch einfach sagen kann, dass ich euch liebe und dass ihr mir unfassbar fehlt. Und ich nehme das Video eigentlich auch nur auf, weil ich, weil ich, weil ich, was ist, wenn es eine dritte Nacht wird oder eine vierte und das ist aber noch weiterhin und ich bin sehr stur. Und deshalb gehe ich jetzt weiter.